Sie möchten die abendlichen Stunden unter Ihrem Sonnensegel verbringen und dabei eine gemütliche Beleuchtung genießen? In den letzten Jahren sind Sonnensegel mit LEDs immer beliebter geworden. Doch können diese überzeugen? Wir wollen Ihnen in diesem Video unsere Erfahrungen mit diesen Sonnensegeln zeigen. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shopkunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Die LEDs zum Beispiel sind meist nicht in das Gewebe des Sonnensegels eingenäht, sondern liegen lediglich separat bei und müssen mit Kabelbindern oder Klammern am Segel befestigt werden. Die LED-Lichter werden durch ein Solarmodul oder durch einen Stromanschluss betrieben. Wie lange die LEDs leuchten, wie hell diese sind und ob die Farbe gewechselt werden kann oder durch eine Fernbedienung zu steuern ist, hängt von der Ausführung ab. Sowohl LEDs als auch das Sonnensegel selbst sind meist von minderer Qualität und haben keine DIN-Angaben oder sonstige Aufbau- und Bedienhinweise. Wir empfehlen daher, besser bei der Wahl des Sonnensegels auf hochwertige Eigenschaften zu achten, wie UV-Schutz, Lichtechtheit und Reißfestigkeit und das Segeltuch selbst mit qualitativen LED-Leisten oder Lichterketten auszustatten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben und falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören!